It's Barbecue Time! Gnocchi, Kräuterbutter, anschwenken auf dem Seitenbrenner. Dann Spargel, die hat der Bub, sprich ich, schon so drei, vier Minuten angebraten. Die braun so ein bisschen, dann lege ich die oben drauf. Es gibt nämlich, ich habe es noch gar nicht gesagt, Bernd, was es gibt, es gibt vegane, beziehungsweise vegetarische, gefüllte Paprikaschoten. Ja, mit richtig schönen, reifen Avocado. Und diese reifen Avocado, das habt ihr jetzt gar nicht gesehen. Ich habe die Schale, ich habe die Schale. Gut, kann man in der Profiküche nicht. So, also zum Mitschreiben. Richtig schöne, frische Avocado. Und da habe ich etwas Guacamole, also Avocado-Püree. Dann kommt dazu, ich will euch ja helfen, das heißt der Blitzrezepte. Etwas BBQ-Soße. Kennt ihr das? Panko. Asiatisches Paniermehl. Zu dem asiatischen Paniermehl kommt etwas Käse. Hänses Spezialpfeffer mit Salz. Und jetzt kommt der veganes Hack dazu. Das kann man kaufen, ja, ein veganes Hack. Müsst ihr mal probieren. Ist so, ist so, ja, ist so halb gut. Aber in Verbindung mit den Gewürzen und dem Käse und der Avocado ist es wirklich eine tolle Sache. Und dann wird es richtig schön geknetet mit der Guacamole und allen anderen Zutaten. Kräftig Salz, ja, das ist wichtig. Das braucht dieses Hackfleisch. Ich will ja, dass es kulinarisch wirklich gut ist. Es ist kein veganes Gericht. Ja, ist ja der Käse dabei. Man könnte jetzt veganen Käse kaufen. Das ist aber nicht so toll, weil der einfach nicht schmeckt. Bernd, komm zu mir hoch. Schaut nicht so lecker aus. So, Barbecue war so ein bisschen anders. Freunde der Nacht. Und jetzt habe ich hier so Paprikaschoten, ja, so Spitzpaprika. Ja, gibt's im Spitzpaprikaladen eures Vertrauens. Und diese Spitzpaprika, die werden jetzt mit dieser fast veganen, ich sage jetzt einfach mal ehrlicherweise, vegetarischen Masse gefüllt. Und die ist echt gut. Also wirklich, wenn man sagt, ich möchte weniger Fleisch essen, aus welchem Grunde auch immer, ja, tut ja nichts zur Sache, was ich in Klammern sehr, sehr gut finde. Ich esse auch lang nicht mehr so viel Fleisch. Wenn, dann wirklich gutes Fleisch. So. Und das kommt jetzt in den Grill, ja. Kann man schwenken, dass das nicht anbrennt. Ähm, mittlere Temperatur. Eins, zwei, drei. In der oberen Etage habe ich ein paar Maiskolben schon. Ach, geil. Lecker. So. Dauert acht Minuten, würde ich sagen. Dann mache ich den Grill wieder auf. Und dann gibt's ein veganes Gericht mit, halt, es gibt ein vegetarisches Gericht. Mensch, Herr Hänsel. Mit ein bisschen Spargel. Maiskolben. Lecker. Okay. Deckel zu. Ich bin gleich wieder da. Bing, bing. Time Warp. Ja. So schaut's aus. Ich denke, dass die Paprika fertig sind. Und schau mal her, ich gebe hier zu den Gnocchi. Einfach noch ein bisschen gutes Tomaten-Sugo dazu. Und jetzt hat man schrubbtischrubb, ähm, ja, eine tolle vegetarische Beilage. Übrigens mit dem Seitenbrenner. Tolle Sache. Kann ich nur empfehlen. Das schaut gut aus. Ähm, jetzt. Herr Produzent. Ja. Es ist angerichtet. Sehr schön. So. Können wir das irgendwie machen, dass du das kameratechnisch gut mitnehmen kannst? So, jetzt kommen die Kräuter-Butter-Tomaten-Mignocchi. Mit ganz viel Gefühl auf diesen schönen Teller. Schaut gut aus? Ja. Das war jetzt ein ganz deutliches Jahr. So, dann, schau mal her, haben wir den gerösteten, gegrillten Spargel. Den geben wir einmal rechts und einmal links dazu. Der kann ja ruhig ein bisschen braun sein, ja. Oder leicht angebrannt, ja. So. Die gefüllten vegetarischen Paprikaschoten dazu. Und jetzt, was ich einfach total gern mag, ich esse das wirklich oft. Ganz, ganz großes Indianer Ehrenwort. Ich gebe ein bisschen Hüttenkäse auf so ein vegetarisches Gericht. Super gut, super viel Eiweiß. Und das ist einfach mal vegetarisch grillen. Mal so ein bisschen anders, ja. Gutes Olivenöl drüber. Seid ihr soweit? Ready for take-off? Vollgas. Vollgas. Hier. Kein Gericht ohne Hänsepfeffer. Zack. Da steht er. Deckel drauf. So, das war's. Maiskolben, die esse ich einfach so. Blitzrezepte. A la Christian. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Schreibt was in die Kommentare. Wir sehen uns. Asta Nouvellos. Zack. Auf Wiedersehen.